Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Battlefield Hardline Heute spielen wir in Downtown LA. Ja wir spielen im Modus Hardwire. Hardwire heißt man muss mit dem Auto fahren und ja die Punkte halt einnehmen wie man auf der Map sieht A, B und C, D und E. Ja und wenn man die hat besitzt dann sammelt man halt Punkte für sein Team und kann ja so halt dick Punkte sammeln oder man fährt einfach mal ins nirgendwo. So wir haben hier 12 gegen 11. Mal sehen was das hier so wird wie es läuft. Auf jeden Fall können wir hier im Moment schön umcruisen. Oh da geht auf jeden Fall die dicke Action. Hey lasst mich durch. Wow hier kann man gar nicht durch. Das ist natürlich wieder eine lässige Situation. Ah was mache ich? Los los los. Ja es steht im Moment 448 zu 346 Tickets. Wow von hinten werden wir beballert hier. Aber richtig krass. Das heißt wir haben 18 HP. Da steigen wir doch mal lieber aus. Nein das kann nicht sein. Nein. Nein ich habe ihn doch noch einen reingedrückt. Schade. Also da haben wir ein paar Punkte gesammelt aber noch keinen Kill gemacht. Der kämmt auch hier die ganze Zeit auf dem Dach. Das ist ja spannend hier der Squad. Hallo nehm ich mit. Zack. Oh wie kann man sich nochmal raus lehnen. Ach. Erstmal Q für zusätzliche Magaziner. Ab geht er hier. Wo sind die Gegner? Haben die keine Lust hier die Sachen einzunehmen oder was? Oh. Erstmal ne Nate werfen. Ist immer vom Vorteil. Zack. Na Heli wo bist du da? Nein hinter mir war wieder einer. Shit. Man sollte nicht die ganze Zeit an den Himmel in den Himmel gucken. Ja. Ja. Ach. Okay. Fangen wir doch mal hier bei dem Kollegen mit. Ach. Übsel doch um aus dem Fenster zu blunzen hier. Zack. Da wollen die uns hier schon gleich abfacken. So. Ja. Läuft auf jeden Fall. Irgendwie will uns keiner dran hindern. Boah. Was macht der denn da? Lull. Der war ja... Häh? Ha. Okay. Lull. Batz hier. Fahrzeug ausgeschaltet. Wieso? Was? Wieso? Was ist das? Warum schießt der denn nicht? Was war denn da jetzt los ey? Die. Wow. Der hat einfach nicht geschossen. Mit... Ja. Mit gar nix. Ah. Das ist er hier schon wieder. Ah. Geil. Ich hab es umgestellt. Geld. Wow ey. Jetzt explodiert auch noch alles. Nicht mit mir hier. So. Mal raus hier. Rauskicken. Schnelle Reparatur. Eieiei. Was geht denn hier ab? Da fährt da. Fährt der Punkt D. Die. Ah guck. Ah. Scheiße. Die sind an uns vorbei. Vorbeigefohren. Aber da oben sollte irgendwo einer rumcampen. Ja. Best Dank. Zum Glück habe ich so ein großes Magazin. Den kann man damit auch mal ein bisschen rumsprayen. Hat alles Vor- und Nachteile. So. Das Ding ist schon mal geladen. Sitzen wir uns doch mal ins Polizeiauto hier. Gut. Eingestiegen ist der Kollege schon mal. Und da machen wir uns doch auf die Suche nach Gegnern. Da vorne ist schon einer. Jo. Geht los. Wow ey. Dicke Explosion hier. Zack. Stütte des Bullis. Erstmal entspannt nachladen. Ja. Die. 4-3 im Moment. Da oben ist ein Sniper. Habe ich doch gesagt. Aber. Oh. Hinter uns. Einfach mal einen nach hinten absetzen. Was ist denn jetzt hier Kollege? Wow. Was ist denn mit dem? Warum fährt der denn nicht? Tja. Da machst du nix. Würde ich sagen. Spawn wir mal bei E. Oh mein Gott. Um das dann auch zu verteidigen. Oh. Schön hier durch die Gegend fahren. 4-4 haben wir im Moment am Start. 398 zu 186 Tickets im Moment. Jawohl hier. Schön ein. Nein. Mit der RPG hat er uns aber ordentlich weggesnackt. Einen Triple Kill sogar gleich gemacht. Ich bin auch im Kampfgebiet. Fahr doch da hin. Nein. Ich hab mir einen der Wagen geschnappt. Ja. Ich schnapp mir jetzt auch einen der Wagen. Wow ey. Die sind alle crazy. Jawohl. Jetzt fahren wir hier schön gediegen. Ich sehe ja gar nichts wenn er hier am reparieren ist. Zusätzliche Millimetergranaten hier. Oh shit. Ah. Das läuft hier. Wo sind denn hier die ganzen Gegner? Oh. Ich krieg gar keine Zeit angezeigt, dass ich eigentlich ins Gebiet zurück soll. Das heißt ich könnte da stehen bleiben oder was? Nein. Ich bin doch ausgestiegen. Wow. Eigentlich wollte ich den weg snacken. Aber irgendwie. Man kann sich auch nicht mehr auf seine Leute verlassen hier. Fahren wir jetzt mal mit dem Straßmotorrad durch die Gegend hier. Jawohl. Und los geht's hier. Gleich mal really. Wir sind ja auf der Gangsterseite hier. Ja. Ich fahr. Will keiner mitkommen. Alles klar dann. Wow ey. Sabotage. Da hat er vorher schöne... Ja. Schön ein Dings herangeplantet. Ja. Ein C4 und als er gesehen hat, dass ich drin sitze, hat er es dann halt... Ja. Gesprengt. Einfach mal eine Nade werfen. Fahr mal hier runter. Okay, dann. Oder auch nicht. So. Wo sind denn hier die ganzen Gegners? Ach, da unten sind die am rumdörpen. Da fährt einer. Verfolgen wir den mal. Okay, der ist schon ausgestiegen. Äh, er macht das schon. Er fährt schon hier. Hoffentlich. Ja, genau. Endlich. Meine Güte ey. Was sind das alles für Leute? Hier können hier alle kein Auto fahren. Meine Güte. Fünf, sieben. Fünf, sieben. Aber das ist natürlich nicht relevant. Hier geht es natürlich, dass man am meisten im Auto sitzt und damit rumfährt, um die Ticketzahl zu verlieren. Wie Eroberung, bloß mit Fahrbahn untersetzen. Ja, fahr mal zurück hier, Kollege. So, ab zu B, sagste. Alles klar. Nein. Natürlich habe ich den nicht... Hey, fahr doch rechts rum. Wow, okay. Das hat sich eben erledigt. Mit einer dicken Explosion ist das Ding schon hochgegangen. Wow, ey. Da oben. Huh. Keiner ausgestiegen hier. Okay, dann fahr ich alleine. Ach doch, da kommt einer. Fantastisch. Das passt gut. Nein, komm schon. Wir haben... Ich habe keinen gekillt. Keinen überfahren. Ist das... Ist das wirklich... Ist das real? Ist das real? Es ist anscheinend real. Aber mega real. Wow, hier geht aber ordentlich was ab. Schnell. Ab durch die Mitte, wie man sagt. Na? Ich dring ihn ab. Huh. Wow. Was war denn da jetzt los, ey? Ich habe... Ich habe mich zerstört. Ich habe den Gegner zerstört. Alles passt. GG, ey. Ha. Wow, ey. Ah, geil. Fünf, neun. Aber... Alles egal hier. Duh. Oh, shit, Digga. Schnell abhauen hier. Le... Ey, Kollege. Du musst mal von deinem Muppet da runterfallen, wenn ich dich übelst traben mit 100 hier. Wow. Wer parkt den denn da so? Das kann ich nicht angehen hier mit euch. Was hast du gelernt? Ah, Leertasse war Handbremse. Das ist doch... Warum? Nein. Jawohl, aber noch zwei haben wir gekillt und schade. Den letzten haben wir nicht mehr wegsnacken können. Das ist ärgerlich. Aber du machst ja nichts. Wie steht's denn? 249 zu 80 hier. Das Spiel ist ja gleich beendet. Mal sehen, ob wir noch was reißen können. Wow, for real? Ich treff den nicht. F1 hier. Ach, der will noch mitkommen hier, der Kollege. Oder auch nicht. Huh, dann drehen wir und ziehen schnell ab hier. Hey. Fahren wir nochmal hier mit einem dicken LKW durch die Gegend zum Abschluss, würde ich sagen. Oder? Obwohl, es sind noch 75 Tickets. Da ist noch alles drin. Boah. Die dicken Möhrie hier langfahren erstmal. Okay, ich habe ihn nicht überfahren, aber egal. Wir steigen jetzt auch nicht aus. Wir übernehmen einfach. Mödsins. Haha. Ist das Ding explodiert? Wie geil. Ist er jetzt echt explodiert, der Heli? Ne, der steht da. Ach, schade. Ich dachte schon, das wäre ja mega geil gewesen. Wenn der einfach explodiert wäre so. Plupp. Aber leider nicht. Wow, ey. Ich spawn bin direkt tot. Aber egal, alles hier. Lass mich... Was geht denn hier ab für Musik? Aha. Hey. Das war doch eigentlich my plan. Hopp, lass sie mich durch. Hey, den wollte ich doch gerade snacken. Hier. Alle klosen sich meine Kills hier. Mann, 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 Mann. Aber egal hier. 612. Interessiert mich zumindest nicht. Da war ich gerade beim Auswählen. Sonst hätte ich den versucht wegzusnacken. Aber so können wir auch entkommen. Und alles ist easy. Holy shit. Ich brauche ein... Ach, ich habe ja einen Beifall. Lol. Ich wurde einfach mal so rausgesnipet. Kann man mal machen, würde ich sagen. Ach, komm schon, lass mich den doch killen, ey. Das Aiming ist hier wieder auch Pro-like, ja. Das sieht man richtig, dass hier ein Pro vor dem Game sitzt. Zack. Da seht ihr das wieder, ne. Das ist Aiming so wie ihr es eigentlich haben wollt. So, auf geht's, mal sehen, ob wir hier noch ein paar Gegner finden. Denn das Spiel ist gleich vorbei. 36 Sekunden geht das hier nur noch. Nein! Nein! Ach, kommt, ey. Wollt ihr mich denn immer alle killen hier? Uh, 36 Tickets noch. Oder 24 Sekunden, 22 jetzt nur noch hier. Das... Wo bin ich denn gespawnt, ey? Keine Ahnung. Aber egal. Weißt du, da ist man einfach ganz hart und fährt einfach mal drauf zu. Und weiß, dass man stirbt. Oh man, ey. Egal. Egal. Alles egal hier. Today. Und damit ist das Spiel beendet. Die Zeit ist abgelaufen. Wir gewinnen das Spiel mit 170 zu 34 Tickets. 8 Köln zu 16 Verluste. Das interessiert ja eigentlich gar nicht, ne. Also mich zumindest nicht. Bam, 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 bam. Ja. Hier seht ihr nochmal den Punktestand. 8 zu 16. Das war die Folge für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hold rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.